Habt ihr euch schon mal gefragt, wofür Tiger ihre Streifen brauchen? Tiger Kalle hat es herausgefunden, aber alles der Reihe nach. Die Geschichte beginnt, als Kalle einen weinenden Hund trifft. Warum heulst du so? Ich habe meinen Ball auf diesen Baum geschossen. Die beiden versuchen alles, klettern, schütteln und sogar eine Räuberleiter. Aber nichts hilft, der Ball bleibt oben. Doch dann hat Kalle eine Idee. Ja, ihr seht richtig. Er repariert die kaputte Leiter mit seinen Tigerstreifen. Verrückt, oder? Ob Kalle wohl auch der verzweifelten Giraffe mit dem kaputten Boot helfen kann? Tja, ich verrate es euch nicht. Aber ihr könnt es selbst lesen. Ja, ich verrate es euch nicht mehr. Und da hast du Comic- caput. Laannée claims, diese Seite brennen siehörer, wir. Verrückt,